König Regis stellte eine Truppe mächtiger Krieger auf, um das Imperium zurückzudrängen. Gespeist von den magischen Kräften ihres Monarchen, kämpft die sogenannte Königskläfe ohne Unterlass gegen Niflheim. Alle Einheiten zum Schutz des Walls vorrücken. Wenn sie durchkommen, sind wir erledigt. Wie lange noch, Crow? Crow, ey, doch. Wir haben es gleich. Nein! Ich brauche Hilfe auf Auszeit des Walls. Helner, schaffst du es zu mir? Halt uns, Rüchtling, einfach nicht genug. Wie ist sowas hier? Nicht noch so einer. Das passt gut bei mir, Nix. Nicht nur bei dir, Alter. Wir brauchen Hilfe an der Außenflanke. Nix, wo bist du? Komme schon. Helner, zurückfallen und neu formieren. Übertreib's nicht mit der Magie, du Held. Denk dran, zu Hause wartet man auf dich. Das soll sich doch lohnen. So ein Angeber. Nicht nachlassen, die Basis. Da kommt noch mehr. Lange halten wir den nicht verstand. Ja. Ach nee, danke. Alle Kläfen zurück. Wiederhole. Alle zurück. Ja. 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 Und jetzt gibt's Gänsehaut, Leute. Schick den Fischer vor. Schick den Fischer vor. The vorken. Ja. 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 Feuerwerk. Dem sicher sind wir nicht gewachsen. Rückzug zur Basis. Ihr seid dafür, dass Ihr Lieben hier ankommt. Das ist ein Befehl. Für Heimat und Ehre. Und? Die Verstärkung ist im Anmarsch. Nichts! Wir müssen hier weg! Nichts! Wir haben unsere Befehle! Hilfe! Nichts! Ach, dieser Idiot. Nichts! Komm, ich zieh weg hier. Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich weiß nicht! Ja! 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 Das war's.